So meine lieben Freunde, jetzt hier beim Sonnenuntergang ein neues Hertha-News-Video. Es geht um viele kleine Themen und wie ihr es dem Titel entnehmen konntet, ein neues Gerücht um Hertha BSC. Da freue ich mich mit euch drüber zu sprechen. Hier geht es jetzt um nochmal das Trainingslager. Wir haben zwar viel davon schon gestern im Stream besprochen, aber nochmal ein bisschen ausführlicher. Und es geht um Luca Marseiler. Hatte ich gestern noch keine Zeit, mich mit ihm zu beschäftigen und da ich ja Dritte Liga nicht so verfolge, konnte ich auch nicht wirklich was zu ihm sagen. Jetzt habe ich mich aber gestern Nacht ein bisschen detaillierter mit ihm beschäftigt und vor allem mir sehr, sehr viele Highlight-Videos auf YouTube angeschaut. Also von den Partien von Viktoria Köln, um mir da ein bisschen ein Bild machen zu können von ihm, weil live habe ich ihn noch nicht gesehen. Außerdem geht es noch um Naraji und Dowie, die hat ein kurzes Interview gegeben. Und ja, das sind so die Themen, um die es jetzt hier geht. Und ansonsten heute Abend, 21 Uhr, sind wir auf Knife Live. Da gibt es einen Talk quasi vor der Bundesliga, vor dem Bundesliga-Start. Da geht es heute wirklich hauptsächlich um Bundesliga, auch um Gerüchte, um die einzelnen Mannschaften, wie die drauf sind etc. Und nächste Woche gibt es dann einen Zweitliga-Talk, weil da startet ja dann die zweite Bundesliga. Da werden wir uns auch einen etwaigen Gast dazu einladen. Und heute Abend, ich versuche jetzt daily zu streamen, heute Abend gibt es dann noch nachts eigentlich eher so gegen 23 Uhr einen Late-Night-Stream. Auf Twitch, 23 Uhr, 23 Uhr 30 nach dem Knife-Stream. Da werden wir uns die neuen Videos aus dem Trainingslager angucken von HerthaTV und natürlich auch von Hammer Graphics. Den solltet ihr alle mal abonnieren. Der macht jetzt dort Daily-Content aus dem Trainingslager. Sehr, sehr cool. Freue ich mich mega. Da könnt ihr mal die tausend Abonnenten voll machen bei meinem Bro. Der geht nämlich mit großen Schritten darauf zu. Und ansonsten, sorry für, ihr habt jetzt hier lange kein Video gemacht, gibt es auf dem Zweitkanal ein sehr, sehr interessantes, längeres Video. Da haben wir Tommys Coffee Talk gemacht und Dennis aus dem Trainingslager war zugeschaltet. Benni Weber hat auch noch mal kurz gewunken, vorbeigewunken. Und wir haben mit Dennis so ein bisschen über die ersten Eindrücke aus dem Trainingslager gesprochen. Mit Dennis, meinem Kumpel, der da auch vor Ort ist. Also könnt ihr gerne mal reinschauen auf dem Zweitkanal, Felizio Stream Highlight. So, jetzt habe ich zwei Minuten geredet. Lasst uns zu den Themen reingehen und anfangen mit Boris Lumm. Der ja mitgenommen wurde und das finde ich richtig, richtig toll, dass der mitgenommen wurde. 16-jähriges, tolles Talent von Hertha, der ja auch jetzt schon heiß umworben wird. Erinnert ein bisschen an Ilgashi oder auch an Aseko, die ja früh zu Bayern gewechselt sind. Er ist 16 Jahre alt, zentraler defensiver Mittelfeldspieler, also Sechser, aber ein technisch sehr, sehr versierter Sechser. Also jetzt nicht so eine Kante, wie soll er das auch sein mit 16 Jahren, wobei das gibt es auch, sondern wirklich eher so ein technischer Sechser, der hochgelobt wird, von Bayern umworben wohl, von Leverkusen umworben, hat aber letztes Jahr, im Laufe des Jahres, vor so einem halben Jahr, bei uns langfristig verlängert. Er hat, glaube ich, sogar, also ich denke mal, es wird ein Fördervertrag sein, vielleicht hat er sogar schon einen Profivertrag, um ihn eben bei uns zu halten. Die Dauer ist aber nicht bekannt, wie lange er bei uns ist und wir wissen es ja auch bei Jugendspielern, die gehen dann für relativ kleines Geld, wenn sie eben noch nicht in der Bundesliga oder Zweiten Liga gespielt haben. Ja, da hoffen wir mal, dass diese, ja, dass diese Aktion Früchte trägt. Das ist natürlich der Berliner Weg. Ich habe es gestern schon gesagt, wie cool ist das denn einfach, dass wir den jungen Spielern jetzt frühzeitig auch Chancen geben, einfach mal an der ersten Mannschaft zu schnuppern. Der muss ja nicht gleich spielen. Der wird nicht mitgenommen worden sein, so wie Pahl gesagt hat, weil wir auf der Sechser-Position so einen großen Bedarf haben. Also genug Spieler für die Sechser-Position haben wir erst mal. Dudziak ist wieder fit, Buchalakis, Karbovnik könnte da spielen, Clemens, Marton Dardai, Bilal Hüseyin, also da haben wir genug. Aber man will natürlich den jungen Spielern eben aufzeigen. Das ist der Weg, den ihr gehen könnt. Bei uns seid ihr nah dran. Wenn ihr Leistungen bringt, könnt ihr ganz, ganz schnell zum Profi bei uns werden und nicht nur im Kader sein, sondern ihr könnt auch Spielzeit bekommen. Und das finde ich richtig toll. Ich denke mal, da hat Zecke einen großen Anteil dran, der ja so als Bindeglied fungiert. Aber da wird auch Pahl Dardai einfach einen großen Anteil haben, weil der das ja schon öfter gemacht hat. Ich hatte auch im Tagesspiegel nochmal gelesen, wie oft wir das schon erfolgreich auch getan haben. Letztes Jahr wurde ja Ulrich mitgenommen, es hat er nichts gebracht, aber eben auch, weil er dann keine Spielzeit bekommen hat, obwohl er es sich vielleicht sogar verdient hätte. Der hat sich aber ja früh für einen Wechsel nach Gladbach entschieden. Aber auch Pascal Clemens wurde letztes Jahr das erste Mal ins Trainingslager mit reingenommen. Arne Mayer wurde damals, glaube ich, auch ins Wintertrainingslager mitgenommen. Und da gibt es etliche Beispiele. Ich glaube sogar John, Mann, sag mal, Jay Brooks wurde auch damals ins Trainingslager mitgenommen. Also da ist bei Hertha jetzt wieder genau der richtige Weg und das macht mich zum einen stolz und freut mich und zeigt auch, dass die Verantwortlichen mit diesem Berliner Weg nicht nur leere Worthülsen gebracht haben, sondern wir wollen diesen Weg jetzt gehen. Und dahingehend, auch wenn das alles schrecklich war die letzten Jahre, auch wenn die Finanzen katastrophal sind und uns natürlich sehr, sehr einschränken und weiterhin muss man da echt auch aufpassen, dass es nicht bergab geht, was die Finanzen angeht. Aber der Weg, den wir jetzt eingeschlagen sind, ist der richtige und ich finde es cool, wie da alle Hand in Hand arbeiten, dass diese Spieler eben eine Chance bekommen und vor allem, dass man auch nicht durch zu viele Transfers die Spieler eben blockiert, sondern dass sie auch, was die Kaderplanung angeht, nicht immer 20 Spieler vorgesetzt haben, sondern wirklich eine realistische Chance haben, eingesetzt zu werden. Und Pascal Clemens ist ja das beste Beispiel für junge Spieler jetzt, der soll ja im Sommer auch Angebote gehabt haben, hat dann aber bis 2026 bei uns verlängert, nachdem er das erste Bundesligaspiel bekommen hat gegen Wolfsburg, das er auch echt gut gemacht hat in der Innenverteidigung, aber er hat sich eben gegen Wechsel entschieden. Da sollen ja auch unter anderem wieder Gladbach im Sommer interessiert sein und guckt mal, wie der durchgestartet ist. Das wird natürlich nicht jedem gelingen, das liegt auch ein bisschen immer an Verletzungssituationen oder wie performen andere Spieler auf deiner Position, da gehört natürlich auch Glück dazu. Und ich glaube, Clemens hatte selber nicht damit gerechnet, so schnell wirklich ein wichtiger Teil auch für die erste Mannschaft zu sein und Startspieler zu sein und sich durchzusetzen gegen einen neuen Transfer. Aber das zeigt ja, was bei uns möglich ist. Und das ist natürlich, ist es verlockend, als junger Spieler 16-Jähriger ein tolles Angebot von Bayern zu bekommen, erstmal finanziell keine Probleme mehr zu haben. Aber wenn man diese Entwicklung sieht von unseren Spielern, diese Möglichkeit gibt es nicht überall woanders. Auch wenn Azeko jetzt ja sogar ein Testspiel machen durfte für die Bayern und glaube ich sogar ein Tor geschossen hat. Aber das ist ja nicht der normale Weg. Bayerns Kader ist extrem ausgedünnt. Das ist einfach so und da wirst du es langfristig halt nicht so einfach haben. Es sei denn, du bist das Übertalent wie Musiala, dich durchzusetzen. Deswegen, das ist genau der Weg und es macht mich richtig glücklich einfach, muss ich sagen. Ja, dann gab es noch ein Interview von Nada Jindow. Ich fand dich total cool zu sehen, wie er so ein bisschen aufgeregt war bei Sky. Also es kam einem zumindest so vor, bei diesem Interview da nichts Falsches zu sagen, obwohl er ja so eine Riesenreichweite normalerweise hat, die Sky und alles übertrifft mit seinen Videos. Aber man sieht, das ist ihm extrem wichtig, da eben auch gut rüber zu kommen. Er wurde natürlich darauf angesprochen vom Bizepsmann übrigens von Sky, Philipp Hinze. Ja, Traum ist in Erfüllung gegangen und so weiter. Wie sieht es jetzt aus? Vertrag läuft aus. Profi-Vertrag vielleicht mal unterschreiben. Und er sagt, er lebt gerade seinen Traum. Und er versucht hart an sich zu arbeiten und würde sich freuen, eben bei Hertha bleiben zu können, weil er Berliner ist und natürlich auch für diesen Verein steht. Und ich finde es richtig cool, dass er seine Chance bekommt und die hat er sich auch absolut verdient. Wird natürlich jetzt schwieriger mit Palco Dardai, der ja aber wiederum auch auf dem Flügel eingesetzt. Wurde, Dudziak ist wieder da. Bald wird auch Ibo Maser wieder dazuschlossen. Bei Benze dauert es ja noch ein bisschen. Also er hat viel Konkurrenz, aber er hat sich das, dass er damit ins Trainingslager darf und dass er eine absolute Kader-Alternative ist, absolut verdient und bisher auch komplett zurückgezahlt. Das muss man einfach so sagen. Und mich freut es einfach für ihn, dass er unabhängig von seinem Social-Media-Status da so durchzieht. Luca Marseiler. Gerücht. Hertha. Reingebracht von Sky. 26 Jahre alt. Geschätzter Marktwert 325.000. Vertrag läuft im Sommer aus. Deswegen jetzt wohl auch Interesse von verschiedenen Vereinen. Unter anderem aus den Niederlanden Zwolle, laut Sky. Aus Deutschland. Wehen Wiesbaden und die Hertha. Jetzt muss man sagen, da wäre wohl laut Sky auch ein Wechsel schon direkt im Winter möglich. Allerdings dann nicht sehr günstig, obwohl er nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Da werden kolportiert von Sky 200.000 bis 300.000 Euro. Das ist schon viel für einen Spieler, der 325.000 Marktwert hat, aus der dritten Liga ist, auch wenn er da überdurchschnittlich performt, der schon 26 ist und dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Nur mal so als Vergleich, Musilier, der seit Jahren in der zweiten Liga performt, ungefähr im gleichen Alter ist und das schon eben auf Zweitliga-Level bewiesen hat, wird ja mit Freiburg und Bochum in Verbindung gebracht und da soll sich die Ablöse für Bochum so rund auf 500.000 bis eine Million belaufen. Nur mal so als Vergleich. Ich war gestern ein bisschen, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe und mich nicht so mit ihm beschäftigt hat, war ich so ein bisschen, glaube ich, eigentlich nicht dran. Passt nicht so richtig zur Transferpolitik von Hertha. Aber umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto realistischer ist das für mich. Ich glaube nicht, dass man für ihn jetzt im Winter Geld ausgeben würde, aber wer weiß das schon. Mal ein bisschen was zu ihm. Er ist, wie gesagt, 26 Jahre alt, spielt derzeit bei Viktoria Köln. Die sind auf Platz 12 in der dritten Liga, also unteres Mittelfeld. Ist ein beidfüßiger Spieler, der sehr, sehr polyvalent eingesetzt werden kann. Und das ist ja auch so ein Ding, worauf wir schon bei der Kaderplanung mittlerweile achten, weil wir uns eben nicht für jede Position eine Doppelbesetzung leisten können, dass unsere Spieler, die wir verpflichten, auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können, um eben im Falle von Verletzungen oder gesperrten Spielern dann eben auch Ersatz zu haben. Und da auch flexibel sind vielleicht, was die Aufstellungen angeht. Er spielt derzeit relativ zentral bei Viktoria Köln. Häufig hängende Spitze, Zehner, eher so hängende Spitze. Er kann aber viel mehr spielen. Also dadurch, dass er beidfüßig ist, auch auf beiden Flügeln sehr, sehr interessant. Kann zur Grundlinie gehen, kann allerdings auch nach innen ziehen auf beiden Seiten. Die meisten Spiele hat er tatsächlich in seiner Karriere, er hat vorher auch unter anderem lange bei Unterhaching gespielt, die meisten Spiele hat er tatsächlich auf dem linken Flügel gemacht in seiner Karriere. Die zweitmeisten Spiele rechte Schiene, dann linke Schiene und hängende Spitze kommt danach. Also offensives Mittelfeld ist jetzt nicht das, was er am häufigsten gespielt hat, dann doch eher Schiene oder Flügel. Also schon sehr flexibel einsetzbar. Er besticht in dieser Saison natürlich sehr, weil er spielt bei einem Mittelklasse-Verein in der dritten Liga und ist da so einer der besten Spieler, auf jeden Fall deren Topscorer. Er hat in 18 Pflichtspielen 9 Tore und 3 Vorlagen beigesteuert. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, das ist schon somit auch die beste Saison von Luca Marseiler. Also es gibt natürlich auch Spätstarter. Wir kennen das von einem Tabakowicz beispielsweise, wo wir es gut mitbekommen haben. Aber insgesamt hat er nicht so eine Quote. Insgesamt ist die Quote dann doch ein bisschen schwächer, sage ich mal. Er hat in der dritten Liga 141 Spiele bestritten. 25 Tore, 22 Vorlagen. Das ist nicht schlecht, aber ist natürlich nicht so eine Quote wie jetzt in der Saison. Manchmal gibt es ja auch so eine One-Season-Wonder, wie man das im Fußball immer so gerne nennt. In der zweiten Bundesliga hat er auch noch gar nicht gespielt. Er ist mal zu Paderborn gewechselt, konnte sich da allerdings nicht durchsetzen und ist dann eben wieder zurück in die dritte Liga gegangen, zu Viktoria Köln. Vorher hat er übrigens, ist gebürtiger Münchner, hat er lange bei Unterhaching gespielt. Also auch da einige Drittligaspiele bestritten und ist damals eben auch aus der Jugend beziehungsweise der zweiten Mannschaft von Unterhaching hochgekommen in die erste Mannschaft von Unterhaching. Das möchte ich mal noch dazu ergänzen. Was mir aufgefallen ist, was mir gut gefallen hat, man hat ihn unter anderem auch gesehen gegen Werder Bremen im Pokal. Die haben sie ja rausgeschmissen. Da hat er die rote Karte, glaube ich, rausgeholt gegen Pieper. Dass er eine gute Ballbehandlung hat, gut flankt und vor allem auch einen guten Abschluss hat. Immer mal wieder aus der zweiten Reihe abzieht und den Abschluss sucht. Immer mal wieder das Dribbling sucht. Aber man muss natürlich dazu sagen, dritte Liga ist nun mal nicht zweite Liga. Und die Frage ist, will man sich jetzt einen 26-Jährigen jetzt holen, der, sage ich mal, die Flügelspieler, die wir haben, wie ein Winkler, ein Scherhand, dann ein Stück weit auch blockieren würde. Wäre das dann so eine Soforthilfe? Das ist immer so ein Zwischending. Will man dann so einen Spieler haben, der dir sofort hilft? Weiß man nicht, ob das klappt. Es gibt ein paar Beispiele, die ich mir ja letztes Jahr auch noch gewünscht hatte, wo man gesehen hat, der Unterschied zweite Liga zu dritte Liga ist schon extrem. Zum Beispiel bei Sima Kalla, der ja die dritte Liga mit Osnabrück komplett rasiert hat, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Torgefahr und seinen Vorlagen, der aber bei Holstein-Kiel überhaupt keine Rolle gespielt hat und jetzt ausgeliehen wird an Kaiserslautern. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass sie da Fünferkette spielen und Rote auf der linken Seite eben marschiert. Bei Ahmed Arslan, den ich mir ja auch oft gewünscht hatte, so auch ein Zehner, hängende Spitze, auch der letztes Jahr überragende Saison bei Dynamo Dresden, spielt überhaupt keine Rolle bei Magdeburg. Allerdings auch da nicht so wirklich passend im System. Aber trotzdem sieht man da eben, dass es nicht automatisch klappt, wenn du in der dritten Liga ein Überflieger bist und super performst, dass du dann automatisch eben in der zweiten Liga auch sehr gut mithalten kannst. Wie gesagt, es gibt aber auch andere Beispiele, zum Beispiel Vincent Vermeille. Der war ja letztes Jahr bei Freiburg 2 richtig gut performt und kommt immer besser in Fahrt bei Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, neun Tore hat er schon oder auch Yannick Engelhardt auch von SC Freiburg 2 zu Düsseldorf gewechselt. Ist allerdings Engelhardt auch ein sehr, sehr junger Spieler, wo man ja dann noch Potenzial hat. Vielleicht auch ein Positivbeispiel unser Mathe Winkler, den wir letztes Jahr verliehen haben in die dritte Liga zu Waldhof Mannheim. Der hatte ja letztes Jahr über die gesamte Saison bei Waldhof Mannheim 33 Pflichtspiele gemacht, elf Tore und fünf Vorlagen beigesteuert. Und er ist ja zumindest mal auch Stammspieler zwischenzeitlich gewesen und hat es nicht schlecht gemacht. Ist dann halt nur die Frage, holst du dir dann so einen 26-Jährigen, ist der dann so viel besser als Winkler, Scherhand und so weiter, die es ja auch nicht immer einfach haben. Das ist so ein bisschen die Krux. Aber an sich war ich ja immer so, dass ich gesagt habe, was ja viele Vereine in der ersten Liga gut gemacht haben, holt euch doch die Überperformer aus der zweiten Liga. Und jetzt sind wir nun mal in der zweiten Liga, holt euch doch die Überperformer aus der dritten Liga. Ob es dann klappt, werden wir sehen. Ob ich jetzt Ablöse bezahlen würde, um den im Winter direkt zu haben, weiß ich nicht. Finde ich dann ganz schön teuer für einen Drittligaspieler, ablösefrei im Sommer. Warum nicht für die Kaderbreite, so flexibel wie er einsetzbar ist. Es gab ja auch andere Beispiele, zum Beispiel Hollerbach, der hat sich erst sehr schwer getan, ist ja vom Aufsteiger wegen Wiesbaden zur Union gewechselt, aber mittlerweile dreht er ja da auch auf, zumindest kurz vorm Winter unter dem neuen Trainer, ist aber auch ein jüngerer Spieler wieder. Also es gibt Positivbeispiele und Negativbeispiele. Ich glaube, wichtig ist, dass dieser Spieler dann auch ins System passt. Das hat man, wie gesagt, bei Simakala und Ahmed Arslan gesehen, dass es sonst eben nicht wirklich was bringt. Wie ernst ist denn das Interesse? Ja, Hertha soll Lose angefragt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Wechsel steht kurz bevor, sondern Lose angefragt, Vertrag läuft aus über Performer. Sieht man auch übrigens an den Kickernoten. Hatten ja gestern auch ein paar in Chat geschrieben. Durchschnittsnote beim Kicker 2,5. Befindet sich damit auf Platz 2 als Feldspieler. Ist gar nicht so einfach. Ihr wisst, Kicker bewertet, wenn einer ein durchschnittliches Spiel gemacht hat mit einer 4. Also da durchschnittlich beim Zwölfplatzierten der Liga auf 2,5 zu kommen, ist schon was. Und wie gesagt, die Szenen, die ich von ihm gesehen habe, haben mir auch echt gut gefallen. Aber es gibt eben viele Szenen, wo man dann eben auch sieht, ja, das kannst du in der 3. Liga machen, aber in der 2. Liga hast du eben nicht so viel Zeit. Kommt natürlich auch darauf an, steigen wir jetzt nächstes Jahr auf oder dieses Jahr auf, bleiben wir in der 2. Liga. Das sind ja alle so Unwägbarkeiten, die man eben auch noch gar nicht groß weiß. Aber so typisch reinpassen, finde ich, würde es eigentlich nicht, weil wir haben ja jetzt bei ein paar Transfers gesehen, so wie so ein Dudziak oder so, dass man dann doch eher Spieler holt, die es schon bewiesen haben auf dem Niveau. Aber derzeit eben nicht so performen oder keine Stammspieler bei ihren Vereinen sind. Das sind dann die Erfahrenen oder wie ein Toni Leisner, so Erfahrenen, die man zu den jungen Spielern dazuholt und ansonsten eben Talente verpflichtet wie ein Gustav Christensen oder so, wo es noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Also auf jeden Fall trotzdem spannend. Ich habe meine Meinung da angehend ein bisschen angepasst, weil mir die Eindrücke, die ich mir eingeholt habe, echt gut gefallen haben. Aber ich weiß nicht, ob, weiß man halt nicht, ob der einem direkt jetzt im Winter beispielsweise weiterhelfen würde. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die intensiver die dritte Liga verfolgen. Ich weiß nicht, wie ihr dafür noch Zeit findet. Oder ihr lasst die erste Liga vielleicht weg. Könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr von Luca Marseiler halten würdet. Übrigens auch noch ganz interessant, Konga, Standard Lüttich, hat heute gespielt gegen Dortmund, hat einen Doppelpack gemacht und die Latte getroffen. Haben mir ganz, ganz viele schon geschickt heute. Ja, ich würde mal sagen, here we go. Dortmund sollte sich unbedingt Kanga für 10 Millionen unter den Nagel reißen als Verstärkung. Nee, aber in den Testspielen war er bei uns ja auch ziemlich gut, muss man sagen. Hat dann halt in der Liga nicht geklappt. Aber derzeit bei Standard Lüttich funktioniert es ja ganz gut. Er soll gerne viel treffen. Ich glaube, Gehalt ist für uns sowieso zu hoch. Und dann können wir ihn im Sommer gerne gegen diese kolportierte Kaufoption dann eben auch an Standard Lüttich abgeben. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Nö, eigentlich nicht. Guckt euch gerne Luca Marseiler an. Irgendwas habe ich doch bestimmt wieder vergessen, was ich euch noch mitteilen wollte. Ich weiß es nicht. Mache ich dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da für den Algorithmus. Das unterstützt mich und kostet euch vielleicht drei Sekunden. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ach so, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Morgen spielt Hertha im zweiten Testspiel gegen Mechelen. 15 Uhr. Soll auf YouTube übertragen werden. Machen wir ein Watchalong zu. Ich denke, ich werde um 14.30 Uhr online sein. Habe mir das jetzt so geschaufelt, dass das klappen müsste. Also morgen gibt es zwei Streams. Erstmal ein Watchalong und dann abends nochmal um 21 Uhr einen coolen Reaction-Stream. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Hau her und tschau. Tschau.